Es ist der zweite Advent hier bei FC St. Pauli FM und wir sind heute an der Kollausstraße und hinter mir trainieren die Jungs noch und wir werden uns gleich zwei Spieler schnappen und ein lustiges Spiel zum zweiten Advent spielen. So, Marc und Basti sind hier und wir machen Kerzenschießen pünktlich zum zweiten Advent. Was glaubst du, wie sind deine Chancen? Keine Ahnung, aber Ratsch hatte ich schon angekündigt, dass er nur einen Ball braucht. Deshalb, wenn er es macht, dann stehen die Chancen nicht so gut für mich, aber schauen wir mal was rauskommt. Habe ich auch noch nie gemacht. Okay, also für alle, die es jetzt noch nicht sehen, da vorne ist die Kerze über dem Tor angebracht. Also Lattenschießen, nur Kerzenschießen. Wie schätzt du deine Position hier ein? Ja, ich kenne den Basti ja, er hat einen super Schuss. Ja, aber ich traue mir zu, die Kerze zu treffen und ja, ich bin optimistisch. Okay, also ihr wisst schon, der Verlierer muss sein Trikot abgeben. Das verlosen wir nämlich pünktlich zum zweiten Advent unseres FC St. Pauli FM Adventskranzes und ich würde sagen, es ist arschkalt. Los geht's, oder? Wer möchte anfangen? Ratsche? Ratsche fängt an, würde ich sagen. Gericht. Wow! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020